Johann Auernhammer war ein deutscher Fußballspieler. Als Aktiver von TSV München 1860 gewann der linke Flügelstürmer in der letzten Runde der alten erstklassigen Oberliga Süd 1962-63. Unter Präsident Adalbert Wetzel und mit Trainer Max Merkel die Süddeutsche Meisterschaft und die Löwen wurden dadurch für die ab 1963-64. neu. Eingeführte Fußball-Bundesliga nominiert. Laufbahn Zur Runde 1955-56. kam der linke Angriffsspieler vom ISV Ingolstadt aus dem bayerischen Amateurlager zu den Blau-Weißen von 1860 München in die Oberliga Süd. Unter Trainer Max Schäfer debütierte er am vierten Spieltag den 17. September 1955. Beim 3-0 Heimerfolg gegen Schweinfurt 05 mit einem Torerfolg auf Linksaußen in der Oberliga. Obwohl Ludwig Zausinger und Kurt Monschein immer noch für Angriffswirbel sorgten, stieg die Mannschaft aus Giesing am Rundenende in die zweite Liga ab. Der Neuzugang aus Ingolstadt hatte 15 Liga-Einsätze absolviert und dabei vier Tore erzielt. Bundestrainer Sepp Herberger hatte den linken Flügelstürmer bereits nach einem Oberligaspiel am 25. September 1955 für das Länderspiel der B-Nationalmannschaft in Laibach gegen Jugoslawien nominiert. Das war zwar ehrenvoll für den Mann aus Bayern, durch die 0-8-Pleite wurde die Berufung aber zu einem denkwürdigen Ereignis. Daran konnte auch die Begleitung durch die Mitspieler Horst Schnor, Klaus Stürmer, Uwe Seeler und Willi Schröder nichts ändern. Mit 1860 gelang 1956 57. aber mit 103 zu 47 Toren die Meisterschaft in der zweite Liga Süd und damit die sofortige Rückkehr in die Oberliga Süd. Es folgten von 1957 58. bis 1960 61. die Etablierung im süddeutschen Oberhaus unter Trainer Hans Hepp mit den Plätzen 6 und dem 5. Rang im Jahr 1960. Auernhammer gehörte jeweils der Stammbesetzung der Löwenelf an und erlebte daher auch in der Saison 1961 61. den Aufstieg des jungen Torjägers Rudi Brunnenmeier mit 23 Treffern. Auch noch im ersten Trainerjahr von Max Merkel 1961 62. gehörte Auernhammer mit 26 Einsätzen und 5 Toren zur Stammelf von 1860 München. Als Merkel die Löwen 1962 63. zur Südmeisterschaft führte, war dagegen die Konkurrenzsituation durch Werner Anzel, Wilfried Kolas, Rudi Brunnenmeier, Hans Köppers, Alfred Heiß und Hans Rebele schon so massiv gegeben, dass er nur noch zu 15 Liga-Einsätzen mit einem Treffer kam. Im Debüt der Bundesliga 1963 64. belegte er mit 1860 den siebten Rang und hatte nochmals in acht Rundenspielen mitgewirkt und dabei zwei Tore erzielt. Am dritten Spieltag den 7. September 1963 bei der 1 zu 3 Heimniederlage gegen den kommenden deutschen Meister 1. FC Köln hatte er in der Bundesliga debütiert. Am letzten Spieltag den 9. Mai 1964 beendete er mit dem 3 zu 2 Heimerfolg gegen Werder Bremen seine aktive Zeit bei 1860 München. Insgesamt hatte er zuvor für die Löwen in der Oberliga Süd 165 Ligaspiele absolviert und dabei 29 Tore erzielt. In der letzten Endrunde um die deutsche Meisterschaft 1963 war er in vier Spielen gegen den Hamburger SV und Borussia Neunkirchen im Einsatz gewesen. Beim DFB-Pokalgewinn 1964 war er dagegen nicht mehr zum Einsatz gekommen. Nach 27 Liga-Einsätzen mit drei Toren für Schwaben Augsburg in der Fußballregionalliga Süd in der Saison 1964 65. beendete er im Sommer 1965 seine Hörklassige Spielerlaufbahn Auswahlspiele Nach dem unglücklichen Einstand in der B-Nationalmannschaft im September 1955 fand Owen Hammer zwar nicht mehr in den engen DFB-Kader zurück, aber in diversen Auswahlmannschaften war er noch bis 1960 am Ball. Am 20. Juni 1957 stürmte er beispielsweise an der Seite von Helmut Rahn, Max Moller, Willi Schröder und Vereinskamerad Ferdinand Börstler in Schweinfurt bei einem Testspiel der Herberger Schützlinge im Angriff der Siegreichen A-Auswahl gegen eine B-Auswahl. Sechs Tage später war er der Linksaußen einer DFB-Auswahl beim Spiel in Berlin gegen eine Berliner Auswahl. Vom 22. bis 28. Juli 1957 nahm er in München am ersten WM-Lehrgang für die Weltmeisterschaft 1958 in Schweden teil. Für die Auswahl von Süddeutschland war er am 17. November 1957, 12. April 1959, 18. November 1959 und 19. März 1960 gegen die Regionalauswahlteams des Südwesten, Norddeutschland und Westdeutschland im Einsatz.